Norddeutscher Rundfunk 2021 So, jetzt geht's rund. Willst du mich verarschen? Ihr könnt uns keinen geraden Pass spielen. Heute? Noch einer ist vorbei, ich bin kaputt. Hier ist ein Mikrofon. So, warte, jetzt hab ich kurz ein Video. Eigentliche Flankenposition. Ball kommt raus. Viele Spieler in der Box einfach davor. Und dann kann alles passieren. Deswegen wollen wir das gleich so ein bisschen versuchen, vereinfacht darzustellen. Immer die Flanke als Ausgangsposition, dann aber Torverteidigung. Das heißt, umschalten vom Raum ins Tor. Der Torwart muss heutzutage einfach alles können. Es wird erwartet, dass er konstant Pässe spielen kann, im Spielaufbau helfen kann. Dann muss er im Tor gut sein, auf verschiedensten Winkeln, Distanzen, verschiedenste Techniken, aber auch im Raum. Es wird erwartet, dass Torhüter Flanken wegfangen, wegfausten, dass sie nach vorne verteidigen und auch in diesem Bereich dann top sind. Und das macht es unglaublich komplex. In diesem Einkniestand für Abkipper. Quasi die Flanke kommt von Rot. Jetzt spielt der Tate. Du guckst kurz, sagst welche Farbe ich zeige. Jonas spielt den Aufsetzer. Du guckst kurz welche Farbe ich zeige. Jonas spielt den Aufsetzer zum Abkippen. Den Rebound holen. Dann stehst du zu Olli. Olli, du gibst nur ein Signal für eine Flanke. Einmal vorlegen. Quasi die Flanke von der Seite. In diesen Raum rein. Ich bin hier. Ich roll Sippy an. Kontakt. Mit geklärt Kontakt. Ein freier Schuss. Relativ easy zum Start. Gut. Ja. Auf, auf, auf. Gut. Gut. Komm, komm, komm. Muss drauf. Gut. Geht raus, du kontrollierst. Nachschuss kommt. Gut. Gut, gut, gut. Anker auf den ersten Pfosten. Geklärt. Wenn ihr noch was braucht, dehnt nochmal. Jetzt machen wir ein bisschen mehr Power rein. Ja, wir versuchen immer das Training aufzumischen. Also ich bin kein Fan davon, jede Woche die gleiche Trainingsanlage zu machen. Wobei man ehrlich sagen muss, wenn man sich am Spiel orientiert, und das tun wir, wenn wir uns den nächsten Gegner angucken und schauen, was macht der, wo flankt der Gegner, wo kommen die Schüsse her, dass da natürlich Muster immer wiederkehren. Das heißt, dieses Grundprinzip von den Trainings, die spielnah sein sollen, ist immer gleich. Und die Muster werden sich immer wiederholen. Was wir dann versuchen, ist durch verschiedene andere Methoden dann auch irgendwo das Ganze immer wieder neu zu gestalten. Du fängst bei mir an, Jan. Drei Aktionen. Ich bin um den Briggs rum relativ easy geschossen noch. Reagieren oder festhalten. Dann vierte Aktion. Jonas legt einmal vor. Sippi, du zeigst was. Zeig Finger. Kurz scannen. Das wäre quasi diese Flanke. Bei wird aber theoretisch auf meinen Pfosten gespielt. Ich kann entweder auf Olli rausspielen. Olli, Kontakt freier Schuss. Oder auf dich rausspielen. Du schießt, okay? Oder ich gehe hier nochmal durch. Also der vierte ist komplett frei. Ja. Eins. Genau. Komm wieder rein. Stark. Zwei. Gut. Gut. Fabio Otte ist ein cooler Typ. Er ist jünger als ich. Was manchmal ein bisschen komisch war, muss ich sagen. Aber er macht einen tollen Job. Es macht sehr viel Spaß mit ihm zu trainieren. Er ist sehr innovativ und feilt an neuen Dingen. Und probiert uns jeden Tag besser zu machen. Was er auch schafft. Eins. Genau. Passen wir mal wieder an. Boah! Gut. Hinterher, hinterher, hinterher. Hinter jeder hinterher. Nichts durchgehen lassen. Ja, schwer. Ja, ja, ja. Gut. Wir sind alle Freunde. Ich merke das immer wieder. Gut. Eins. Zwei. Ja! Gut. Steh kurz, steh kurz. Okay. Wie findest du das mit dem? Von der Idee ist das gar nicht so schlecht. Weil das Gehirn nimmt das ja wahr. Alles, was sich bewegt, wird ja wahrgenommen. Und du musst dann halt selektieren, was wichtig ist. Okay. Alles, was wir versuchen, ist, glaube ich, immer wichtig. Wir machen das nicht nur, um es cool aussehen zu lassen oder was Neues zu machen. Das hat immer schon auch irgendwo eine Idee. Manchmal klappt sie, manchmal klappt sie nicht. Aber es ist eine Idee dahinter, warum wir verschiedene Tools dann auch nutzen im Training. Eins. Gut gelesen. Gut! Oh, der ist stark. Gut. Auf! Oh! Wie immer der Beste, Sippi. Du bist wie immer der Beste im Powertraining. Ja, ja, ja! Ping-Pong. Gut. Wechsel. Wenn ihr mich fragt, Oliver Neville ist eine Legende für mich. Was der Mann erreicht hat, ist unerhört. Ja, ich habe wieder eingefallen, dass das Mikro an ist. Oh ja! Hinterher! Hinterher! Gut. Okay, Fall wieder. Gut. Ist tot. Gut. Oh. Gutes Fenster genommen. Gut. Oh ja. Oh nein. Ich mache mich hier zum Followers heute. Ja. Oh. Gut. Eins. Schwer. Zwei. Gut. Genau das kann Samstag passieren. Ich hoffe, dass das passiert. Das heißt, dass wir gut verteidigen. Das Geile ist, du hast ja trotzdem die gleiche Aktion, als wenn du ihn hältst. Genau. Nur der kommt halt dann nicht aufs Tor in dem Moment, weil er abgeblockt wird. Aber du machst ja genau das Gleiche, was du im Spiel machst. Wir sind jetzt mit einem kleinen Wettbewerb auf, wie viel ich nicht gesehen habe. Und, das ist auch für diesen Mann. Das ist mit dem Faden. Das ist mit dem Faden. Ja, der ist mit dem Faden. Und, das ist mit dem Faden. Und, das ist mit dem Faden der Faden. Die Idee war einmal, jeder kriegt von jeder Seite fünf Flanken und alle laufen ein. Also im Wettkampf, wer weniger Tore kassiert. Wie sind die Regeln? Wir müssen Regeln bestimmen. Sag's nochmal, dass das alle hören. Kümmer du dich um die Flanken, den Rest machen wir. Okay. Ich wäre ja, auf gut Deutsch gesagt, blöd, wenn ich diese Torwartgruppe, die wir haben, mit dem Erfahrungsschatz, mit der Qualität nicht mit einbeziehen würde. Das heißt, klar, ich gebe eine Richtung vor. Ich habe einen Trainingssperrpunkt, ein Muster, was wir gesagt haben, eine bestimmte Flankensituation zum Beispiel, und baue eine Trainingseinheit zusammen. Aber in der Einheit kommt es ganz, ganz oft vor, dass der Jan oder der Tobi dann auch reinkommen und sagen, können wir nicht das und das noch verändern? Und ich bin sehr, sehr offen dafür, weil dadurch, durch diesen Austausch und diese Veränderung, einfach die Qualität im Training nochmal steigt. Und wie gesagt, es wäre dumm von mir, das nicht aufzunehmen und zu sagen, ich bin der Trainer, ich mache das jetzt so und ihr müsst das so machen, weil ich glaube, so läuft der Hase nicht. Ja, geklärt, fällt nicht mehr. Wir haben eine super Positionsanfassung. Ich gehe weiter raus, du schiebst weiter ins Zentrum. Sehr gut. Das ist stark. Das ist stark. Das ist genau der, den du im Spiel kriegst. Genau die Qualität vom Spiel. Ja, ja, ja. Ein Ball. Reicht. Eine Stunde zwanzig sind wir draußen. Merk. Ja. Saat. Ja. Da. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020